Ich stehe hier in meinem Wahlkreis am Hermannsplatz und zwar auf der Zippelinstraße. Für die Anwohnerinnen und Anwohner hier im Viertel ist das Anwohnerparken nahezu unmöglich. Aus diesem Grund habe ich im Planungsausschuss im Mitte Juni einen Antrag eingereicht, der das Anwohnerparken rund um die Reiterstraße ausweiten soll. Aber nicht nur das, sondern auch Quartiersgaragen sollen hier im Viertel geprüft werden. Das soll den Anwohnerinnen und Anwohnern das Parken zukünftig erleichtern.